realist one is rapping oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me hallo und herzlich willkommen zu minecraft der letzten finalen folge von waro 3 ok wir join auf dem server komm go 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 das finale ist direkt am start ja das war die log 1 ok dick und doof die sind doch schon längst tot da ist ein unikat wo bist du ich bin neben dir kommen wo bist du neben mir schock ich würde sagen wir gehen gleich auf ein unikat komm 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 lass zurück das zurück kommt zurück doch ich will kämpfen ich will die töten die haben ein pferd ich will kämpfen ja gleich das dauert nicht lange oh glory to glory ist jetzt auch da nice echt jetzt hey warum ja keine ahnung wer ist auf jeden fall jetzt da echt ist geil ok geil 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 jetzt sind wir doch vollständig oh mein gott scheiße wir haben nur noch 21 minuten für das finale wollen wir noch mal neu starten nein das machen wir jetzt nicht weil wir dürfen nicht im relocken wenn wir drei relocks haben dann ich glaube automatisch tot stand er nämlich dran das war relock 1 okay es war relock 2 ja guck mal er macht schon wieder stress ich habe mich jetzt mal beschäftigt gestellt endlich ich habe meinen skype komplett geschlossen also komm mal her hast du wieviel essen hast du 24 steaks und hammelfleisch auch also 12 hammelfleisch ok kriege ich die 12 hammelfleisch ich habe nur noch 11 steaks ok gebe ich das das wort 11 steaks äh 11 schwein hier ist es nacht ähm was ähm ich habe steaks und hammelfleisch da ne gib mir hammelfleisch weil steaks ich kann nur einen slot nehmen und steaks das nein wir haben es gleich also ok ok ich habe zu wechselt ähm so ok können wir go nein 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 die sind auch nicht mal lass die erst mal alle zusammen gehen ja die sind noch zusammen ich will jetzt kämpfen und die zusammen also ne ich meine zusammen nebeneinander gehen die waren noch nebeneinander gerade komm ja nur weil er nicht schreibt warum soll ich auf ihn hören ich will ihn töten ne je schneller desto besser ist doch guck mal du bist viel zu freundlich und ich habe eh'n scherz ping guck deswegen muss ich je schneller desto besser ja das problem ist ja zum beispiel dass unikate doxen auch hinter uns auflauern wir sind zwischen den beiden ja ne lass kurz weg ja da sind die doch da sind die lasst du töten komm geht da weg geht da weg wir wissen auf jeden fall ist ja erst das fair töten ja komm lass gehe los ja lass gehen hoch ja lass gehenicial naja okay komm k$ naa nein ich täte jetzt komm oh schlechter ping im start komm lass es gut nein ich will Nein ч x2 Doch klar ist es gestartet nein ist es nicht Eins galaxien es einfach wäre ha oderЕhe ich möchte doch töten Ja kann, du hast ja noch die Shops dazu. Ganz ehrlich. Okay. Ich hab auch grad nen Scheiß-Ping, das ist auch nicht gut. Deswegen. Je schneller desto besser. Komm, warte. Komm hier hoch, lass doch die Bäume klettern. Wie viele Pfeile hab ich denn? 25 Stück. Go, Fragezeichen. Komm, die... Da, Mann! Sorry jetzt, Ochsen, aber ich möchte einfach jetzt das Finale hinter mich bringen. Und dann einfach fertig. Will ich jetzt keinen Stress mehr so machen oder so. Oder was auch immer. Alles so mittig ist das. Wir sind doch in der Nähe der Mitte. Noch. Wozu? Solange wir jetzt noch in die Mitte gehen. Guck mal, ich verbrauch einfach mein ganzes Essen. Nimm mal jetzt die Steaks. Solange es sind eh nur 3 Stück. Warte, bleib hier, bleib dran. MLD ist am Start. So. Okay, warte ich komm runter. Okay, MLD Water. For the win. Oh Gott, sorry. Hat du denn ein Verbrennungs-Shelter? Hab dir das Leben gerettet. Alles klar. Der kleine Glück hat mir eh keinen Schaden. Ja. Wir sind am Spawnen. Beim Spawnen sind wir. Das brauchst du schon. Kämpfe dich schon. Go, go, go. Egal, okay. Okay, es geht los. Geht es jetzt los? Ja, ich denke mal schon. Ganz ehrlich. Ja, jetzt beschwerst du dich, oder was? Ich habe einen Scheiß-Ping, das ist nicht gut. Okay. Die ist nach mir. Wohl, die ist halt das Problem an der Sache. Und die haben mir schon... 2,5 Herz einen Abbruch. Wie viel Herz haben die Schaden gemacht? 2,5 Herz? Mit 2,5 Herz. Okay, dann ist ein Herz Schaden gemacht. Komm und die Karte und so. Lass, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh back, geh back. Ja, stimmt. Zwei mal die Pfeile von denen einfach ein. Beide einsammeln, auch. Lass einfach den, die targetten uns jetzt, aber es gibt einen Hebel. Wo sind Unikat und Ochsen? Links von uns. Die Chillen am Spawnen. Links? Die Chillen direkt am Spawnen. Ah, ich seh's. Ja, die können ruhig auf uns schießen. Die haben Haltring und alles. Komm zurück, lauf zurück. Lauf zurück. Wie viele Eichdringer hast du denn? Äh, genügend. 4, 4 Stücke oder so. Reicht, John. Ich hab eins der 3. 7 hab ich. Lauf weg. Ey, was hat mich da abgeschossen? Ich glaube, der Ding ist der Unikat und Ochsen. Komm einfach zurück. Ja, wir ziehen uns erstmal zurück. Wenn die uns targetten, dann, äh, ja, sollen sie's machen. Ja, das bringt's ja auch nicht, wenn bald zwei Teams auf uns gehen, oder beziehungsweise drei Teams in einem Kampf sind. Ja. Ah, da kommt Unikat. Okay. Dann lass mal drauf. Hab ihn getroffen? Ja, hier ist einfach drauf. Okay. Lass einen mal Schwäche in die reinwerfen. Ich hab einen Scheiß-Pink, das ist richtig nachteilig für mich. Ich bin richtig... Ja, ich lege, glaube ich, auch ein bisschen, aber nur ganz schwach. Komm, wenn ich schieße, es reagiert einfach richtig langsam. Und die Typen, also Unikat und so lenken auch bei mir. Ja. Mir lenken die auch, also ich weiß nicht. Bestes ist halt auch ein bisschen der Server. Fack daneben. Okay, jetzt kommt Borstenschein und so wieder. Ja, die sind bei der Base. Wir sollten von der Base wegbleiben. Guck mal, ich hab das Gefühl, dass die uns... Ja, dass die uns targetten einfach. Naja, die... Die sind einfach bei der Base weggelegen und schießen auf das, was dem zu nahe kommt. Warte. Schwächertrank rein. Oh Gott, ich wurde dann eingeschlagen. Ich hab den Typen dessen Wasser, das ist schlecht weh. Nice. Okay. Hat mir auch Schwäche gegeben. Schwäche getroffen. Achtung, Achtung, jetzt kommen auch noch Unikat und Ochsen dazu. Bleib weg, bleib weg. Oh, ich hab dich getroffen. Das Ochsen, oh Gott. Weg, weg, weg. Oder nicht weg, sondern drauf und zu. Genau, nice. Okay, ich hab Borstenschein zweimal getroffen. Er ist tot, so gut wie tot. Oh Gott, lag. Lag des Grauens. Noll, wie alt? Ach so, er hat ne Enderfälle. Komm, drauf, 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 drauf. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wohin? Zu den Bergen. Ja, lass ihn kurz töten, weil er ist sehr sehr low. Er hat richtig viel Damage von allen bekommen. Was scheiße ist, dass es Nacht ist. Lauf. Ja. Wenn man sich vielleicht besseres, besseren Zeitpunkt überleben kann. Ja. Wir müssen auffassen, dass nicht Lowry kommt. Ja, von wo denn? Ich hab ihn nochmal getetet. Okay, nice. Okay, komm, go, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Nochmal getetet. Er muss ins Wasser. Er ist im Wasser so gut wie im Wasser, ist er tot. Oh, ich hab dich getroffen. Nice, komm. Nice. Nice. Jawohl. Nice. Gut. Okay, okay, okay. Ich hol mir die Hose. Scheiße, ich hab irgendeinen Halt drin weggeworfen. Ja, ich hab die Hose. Okay, nice. Ich bin voll dir. Oh mein Gott. Was hat er für ein Schwert? Und Brustplatte auch. Achtung auf Gegner. Okay. Arm Boss. Ähm, Sharpness 3 hat er als Schwert. Wie viel, was hast du gerade? Ich hab, ich hab Sharpness 4, ja. Okay, ja gut, dann kannst du nicht kombinieren. Schutz 2. Ähm, warte, ich hab, wie viel Level hast du? Neun. Äh, wenn wir Glück haben, kann ich Schutz 3 machen jetzt gleich. Ne, dann passt. Ne, dann passt. Ne, ne. Brustplatte. Und zu viel, zu ineffektiv. Ja, bloß Brustplatte oder so macht keinen Unterschied. Bei Schutz. Doch, Schutz freiheitlich ist einfach. Ist doch egal. Ja, okay. Passt. Okay, also. Ähm, Dings, wer heißt der? Orson ist da unten. Nice. Oh mein Gott. Okay. Okay. Wurde von Orson? Oh Gott. Okay, die haben ihn auch. Wahrscheinlich, ähm, zusammen. Sind zusammen auf ihn draufgegangen. Keiner hat auch voll dir. Sorry. Äh, scheiße, die machen sich jetzt voll dir. Scheiße. Äpfel. Wo sind die, wo sind die, wo waren die, wo waren die? Äh, keine Ahnung. Ich hab, ich hab nur, ich hab nur zwei Dias am Start. Ich hab 52 Pfeile. Äh, 36 reicht. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Ich muss es wissen. Die quillt man sich nämlich gerade von dem... Von dem Zeug von ihm. Wo bist du jetzt hin? Dahinten ist der ein Pferd, glaube ich. Es ist der ein Pferd. Nein, lass es einfach nehmen. Lass es einfach zu unserem Vorteil nehmen. Nee, wir haben doch keinen Sattel. Da ist doch einer drauf. Hat keinen Sattel. Ist dann nicht mehr weggetan. Ich hab das Pferd gedowned. Und da hinten ist noch eins. Da sind zwei, wa? Warum sind da so viele Pferden? Keine Ahnung, es ist egal. Die sollen kommen. Die haben jetzt den Stärkebogen von ihm wahrscheinlich. Okay. Ja. Der Borzen hat doch auch einen Bogen, oder nicht? Ja. Warum hab ich jetzt noch einen Power 3 Bogen? Ich hab einen Power 4 Bogen auf einmal. Ach nee, ich hab den ja noch nicht kombiniert. Hast du den Ambus? Ja, hab ich. Nee, ich hab den da hinten, war der Ambus. Komm mit. Okay, dann kann das sein. Hast du einen Slot frei? Wegen... Die fehlt aber noch ein Level. Hast du 10 Level? Ich hab 9. Dann mach dir 10 Level. Stimmt. Das kostet jetzt 10 Level. Stimmt. Wir haben keinen Halt dran vor Brauch. Spinn. Ich hab auch keinen Schwächentrang geworfen. Wir hatten doch keinen Halt dran. Achso, wir haben keinen Halt dran vor Brauch. Stimmt. Brauchst du einen Stärkebogen? Nee, gell? Was? Brauchst keinen Stärkebogen mehr. Ja, Ende. Okay. Nee, brauch ich nicht. Okay. Die haben einen Fehler gemacht, dass sie auseinandergegangen sind. Deswegen haben wir... Ja, da konnten die ja nichts über. Die wurden ja... Also es waren irgendwie alle in der Mitte. Ja. Wirklich jeder war in der Mitte. Oh Mann, ich hab immer noch keinen Kill gemacht. Das ist unglaublich. Warte. Warte, komm. Komm zurück. Ach stimmt, ich hab dich gekehlt. Komm zum Amboss. Und Enderman? Ich geh dich. Eine Witch verfolgt dich aber nicht weit entfernt. Okay, ähm. Ich hab zwölf. Oh, die hat ein Ding irgendwas in der Richtung gebogen. Okay, kommst du zum Amboss. Hat die mir... Oh, da... Ja, da liegt ein Heil dran. Läuft. Ja. Heilung eigentlich. Das macht zwei Herzen. Das lohnt sich gar nicht. Okay, haben die irgendwas geschickt. Die sollen kommen. Aber ich bin im Wasser. Das ist richtig schlecht. Okay. Ähm. Wir haben schon was in die Konfue geschrieben. Gib Lori. Ja, es scheiß egal ist. Okay. Ah, da hinten sind sie. Okay, wow. Okay, einer ist wohl dir und der andere ist kaum dir. Der bessere von denen, ne? Das ist echt nice. Ich wurde zweimal getroffen, aber hab nur 1,5 Leben verloren. Der eine wird gesprengt. Nice, nice, nice. Okay, nice. Okay. Er hat einen Goldapfel gesnackt. Ja. Warte auf mich. Erst kurz meinen Goldapfel und jetzt geh ich rein. Sicher? Lösch dich. Nice. Okay. 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 Okay, ich bin wieder voll. Alter, die hinten übelst hardcore. Ich hab, glaub ich, Unikard. Unikard ist fast down. Oh Gott. Ich mach grad gar nichts. Warte, ich komm jetzt. Ich komm. Ja. Du hast schon wieder den Kill gemacht. Bitte lass mich jetzt den Kill, okay? Ich mach grad gar nichts. Du bist einfach übelst drauf gegangen. Ich hab übelst zurückhalten wieder. Ich bin einfach so am zittern. Aber die Unikard. Ja. Und in dir. Oh Gott. Ich hab nur noch meine extra Herzen am Start. Oh. Ops. Okay. Ähm. Ein extra Herz. Er soll mich ruhig auswärmen. Also du ihn zu killen. Okay. Ich schieß mal vielleicht eins. Nee, okay. Ich schieß keine Pfeile rein. Obwohl du kannst eigentlich theoretisch ja mithelfen. Ist mir egal. Hauptsache du killst ihn nicht. Ja. Ich weiß ja nicht ob er noch viele Leben hat. Ja. Kann. Ja stimmt. Die haben ja keinen Haltrang oder so. So. Ähm. Er hättet mich jetzt gerade gut mit dem Bogen. Pötin. Soll ich dir helfen? Könntest du ja. Ja, ja, ja. Ist auch gerade dumm von mir. Vielleicht. Oh Gott. Ich dachte schon, dass er jetzt down. Ähm. Lass. Ich geh wieder hin. Ja komm. Okay. Ich hab halt Lags. Sieht man auch in meiner Aufnahme. Komm einfach hinterher. Booste mich und so. Ich will ihn einfach töten. Ist mir relativ. Achja. Ich hab halt keine Angel. Also spiel ich. Ach stimmt ja. Aber ich könnte dich mit der Hand versuchen zu büsten. Wohl ne. Hier ne. Besser nicht. Da wo ich mit dem Kampf war. Leider. Halt mal. Extrems gesehen. Ach man. Aber er hat gut gehittet. Sehr sehr gut. Ich bin so am zittern. Er ist unglaublich. Ja. Also. Gewonnen haben wir wahrscheinlich so. Ja. Falls du stirbst. Ja. Aber. Frage werde ich. Ja. Ich bin natürlich nicht erlauben. Alter. Wollen wir. Falls wir gewinnen. Nein. Nein. Wir müssen da am Schluss noch. Gegeneinander kämpfen. Ist mir eigentlich relativ egal. Ja. Ich hab ihm noch 8 Minuten. Er hat wahrscheinlich weniger Minuten am Start. Soll ich einpfeilen gehen? Au. Da schießt auch mich. Ja. Als hab ich ihn aufgetrochen. Ja. Okay nice. Komm schon. Okay. Ich hol mir kurz die Pferde. Nicht, dass er noch biegt. Sieht man übelst, dass der lag ist. Es ist übelst schön einzuschätzen wie ich schießen muss. Ja. Ich weiß aber auch nicht ob das der Server ist. Kann doch alles sein. Guck mal er rennt. Das Dauerfreak ist doch sinnlos. Booste dich. Aber warte. Ich glaub da müsste ne Sackgasse sein. Oh Gott. Ist da denn das gerade? Okay. Booste dich. Ja hier ist ne Sackgasse. Boost. Ja. Okay er ist down. So gut wie down. Er hat ne Endepelle geworfen. Scheiße. Hat sich gerettet. Nach oben. Wohin. Ah ich sehs. Ja. Er ist down. Oh. GG. Wir können uns nicht verkehlen. Oh mein Gott. Ja. GG. Okay. Okay. Ich hab mir das getötet. Erster Kill. In Varro. Okay. Scheiße. Können wir uns nicht mehr töten ne? Scheiße. GG auf jeden Fall. Ne ich. Kriegt man auch Fallschaden? Okay. Sonst könnten wir ja so ein Pane machen. Ja. Könnt man nicht machen. Stimmt eigentlich. Aber geht leider nicht. Aber ich seh gerade das wie am besten alle von den Verzauberungen waren. Außer die hat auch noch Schütz 3. Lass mal Schütz 4 machen. Ja ich hatte jetzt nicht so die prickelnden Verzauberungen. Oh mein Gott. Tja er hat den Schärfe 5 Schwert. Aber ja. Schütz 3 Hose auch noch. Wir werden eh. Also GG an alle. Ja GG an alle. Auch an die die als er in der ersten Folge rausgeflogen sind. Und aus irgendeinem Grund wollen wir uns kurz noch versuchen irgendwie die Teamkiste von Dick und Doof zu holen weil der eigentlich in der ersten Folge rausgeflogen ist und jetzt trotzdem einen haben. Oh mein Gott. Ach Gottchen. Wir haben es relativ gut gemacht. Aber ich habe gedacht dass du stirbst ne. Ich hatte immer Angst wo wir gerade gegen die gekämpft haben. Ne ne ne. Ich hatte da noch 4 Herzen. Ja nur 4 Herzen. Boah ist klar. Aber ich bin schon abgehauen wo ich 4 Herzen verloren hatte gerade bei Unika. Ja aber 4 Herzen das sind halt noch 4 Herzen. Bei so einer Rüstung das ist viel. Ja schon klar. Ne ja. Oh scheiße. Okay. Und nochmal Respekt an alle. Vor allem dass der Dings der Laurie davon gekommen ist. Ja weil der echt Stress oder irgendwas mit seinem Bruder war. So Geburtstag und alles. Und da dürfte er eigentlich oder durfte er was auch immer gar nicht kommen. Aber irgendwie hat das noch gepackt. Dürfen wir gar nicht sagen. Ja. Alles klar. Wahrscheinlich auch wieder. Okay. Ja. Das war es jetzt also mit dieser letzten finalen Folge. Wir können uns das leider nicht mehr kehlen. Aber es ist auch schön. Ein Team gewonnen. Ein Team gewinnen. Oder gewinnen. Oh Gott. Diese Sprachfehler von mir. Oh mein Gott. Nein. Und das war es mit dieser Folge. Das war so nicht. Gefallen. Kann ich mich töten? Und. Oh mein Gott. Und falls euch diese spannende Finale gefallen hat dann lasst uns hin. Ich war zwar wieder sehr sehr defensiv. Aber ich habe meinen Kill gemacht. Oh Gott. Auf jeden Fall kreative Death Messages. Wurde von Döner Boy beseitigt. Wurde von Ochsen weggesammelt. Oh Gott. Wurde von Döner Boy um die Ecke gebracht. Und wurde von MC Crafting PPP hingerichtet. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Endlich ein Kill gemacht. Ich bin froh. Wir haben gewonnen. Das Kick von mir natürlich ein Nicer. Und. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Keine Ahnung was. Aber irgendwas. In irgendeinem Projekt. Auf meinem Kanal. Und per dir bestimmt auch in irgendeinem Projekt. Es wird sogar ein Projekt kommen von mir. Ja. Ich spoil mal ein bisschen. Teaser. Und. Ja. Ansonsten war's nicht mit dem Finale. Schaut auch bei den anderen vorbei. Ich glaub das lohnt sich schon. Auch bei denen die Folgen zu sehen. Und ja. Ich glaub das hat euch gefallen. Und. Tschüss. Das hab ich ja schon alles gesagt. Ja ok. Tolle Abmoderation. Ciao. Tschüss.